Grüß euch, ich bin Michaela, komme aus Bayern und gehe auf die Fachoberschule Dresdorf, mein Zweig Landwirtschaft. Und ich möchte euch sagen, was Landwirtschaft für mich bedeutet. Landwirtschaft ist... Wenn wir im Frühjahr wieder auf die Wiesn kommen. Wenn wir ein neues Nächeln machen dürfen. Wenn es das wieder aufgewiesend ist. Musik Wenn die ganze Familie bei der Arbeit dabei ist. Musik Wenn man denkt, war ich doch im Bett liegen geblieben. Musik Wenn sie jemanden fragt, dass du bist. Musik Wenn immer jemand bei dir ist. Musik Wenn ein wichtiger Mensch im Leben ist. Musik Wenn ein wichtiger Mensch im Leben ist. Die einen richtigen Weg zorgt. Musik Wennst, obwohl es weder mal nicht mitspielt. Das Beste draus machst. Musik 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 Musik